Ja, hallo zusammen. Wir haben heute Tag 24, der 30 Tage Plank and Mind Challenge. 3 Minuten 30. Wir befinden uns heute bei der ältesten Eiche Europas, über 1000 Jahre alt, sehr kraftvoller Platz und Ort. Ja, und ich werde heute hier unter der Eiche planken. Ja, los geht's. Ja, los geht's. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, liebe Grüße an meine Mitplankerinnen und Mitplanker. Letzten Tag des Jahres, 2016. Jetzt knapp die zwei Minuten. Letzten Tag des Jahres, 2016. Jetzt ist es herrlich, freier Natur die Übung zu machen. Letzten Tag des Jahres. Ja, drei Minuten dreißig haben wir fertig. Ich wünsche euch alles Gute für 2017, einen guten Rutsch und weiter geht's morgen mit 3 Minuten 40. Tschüss. 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 Tschüss.